So, herzlich willkommen zurück, ähm, ja, zu Hexen. Äh, äh, genau. Und was? Doch, genau. Perfekt. Oh. So, okay, genau, wir haben hier von dem Kuppenspiegel. Hier hat man schon geguckt, hier ist nichts, sehr schön, aber direkt durchgehen. Mal gucken, wo uns das Ding hinführt. Ach ja, hat man schon reingeguckt, gehabt. Erstmal rausholen hier. Na komm. Okay, einer weg. Alle weg. Sehr schön. Gutsche. Easy. Oh. Da sind sie wohl in der eigenen Falle gestorben. Schauen wir mal, guck. Oh. Okay. Okay. Und jetzt? Puh. Hä? Das war schon? Okay. Okay, also Trägerlein. Hier sind, hier ist irgendwo der Trägerlein. Ja. Ist natürlich stylisch. Ich frage mich, wo ist die Trägerlein? Nein. 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 Aha. Also am Anfang von dem Bild da. Ja. Okay. Gut. Okay. Na dann können wir mal hier in die Nixotie rein. Äh. Oh, schon. So. So. Der wird aber auch nie langweilig. Kann das sein? Okay. Oh. Nervig. Okay. Gut. Hier ist äh... Puzzle für dich gerade! Oh! Okay! Okay! Leute! Sieht schon in der Arbeit aus! ok wo ist jetzt gespawnt vielleicht kriege ich den hier reingeloggt so ist ja gar keine tür allein ist nur auf der einen seite so hier ist der schalter sieht man überall diese weißen linien da kann man überall gleich rauskommt alle mit einmal rauskommen so wie sie kann ich wieder alle mit einmal abfertigen und mit der karte angreifen Ich glaube das ja nicht. Ich liebe diesen Mage. Da kannst du einfach stehen bleiben und die ganze Zeit feuern. Dauer zu tropfen ewig, bis die Fischer tot sind, aber... Ja, da kann man sich währenddessen keinen Film angucken. So, ich krieg's jetzt auf. Achso, gleich in blau. Okay. Oh, das ist ja wasser. Das ist ja wasser. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist so schön. Und noch mehr? Okay. Feierabend oder kann ich jetzt hier? Ich soll immer noch... Ah, da kommt immer noch welche. Ich gucke das nicht. Guck mal klar jetzt an. Glück auch nicht. Gut, dann hab ich noch mal die hier in den Geschrank. Oh nein. Ey, auf die entfernten Fuße ist das Auto eben nicht mehr. Das heißt, ich kann wirklich da hinschießen, wo ich hinziele. Geil. Das macht die Sache natürlich wesentlich angenehmer. Wobei, Swin-Aiming funktioniert noch. Äh, klar. Die Fischer-Aiming. Ey, hier höre ich deine Arbeit aus. Ich schau mal auf die Fischer. Ich schau mal auf die Fischer. Ah, gut, gut. Ach, ich bin jetzt gerade. Ich schau mal auf die Fischer-Aiming. 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 Ja, wer ist das? Okay, so die Frage ist, was müssen wir machen. Hier ist nichts drin, 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 hä? Wo fallen? Wir müssen da irgendwie das Puzzle aktivieren, oder es ist jetzt bereits aktiviert, weil wir diesen Schalter da gedrückt haben. Ah, na schau mal, na guck, ah, na schau mal, na guck, okay. Jo, dann klicken wir mal hier auf den Schalter. Einmal Mond, einmal Kreis und einmal Mond, na gut. Mond, Kreis, Mond, das sollten wir hinbekommen. Easy. Achso, jetzt noch was drücken hier. Nein. Hä? Ich höre was. Nein, nein. Ach, die geht drunter. Läu. Oh. Ähm. Aber Mond, Kreis, Mond ist doch richtig, oder? Mond, Kreis, Mond. Aber Mond, Kreis, Mond war doch richtig, oder nicht? Mond, Kreis, Mond. Hä? Jetzt geht's? Lol. Oh. Da ist schon wieder ein größer Geselle. Ups. Hallo? Wo ist denn jetzt hin? Arsloch. Tja, das ist das Einzige, wofür wir unsere Mana benutzen, das ist für diese Endgegner hier. Oder für diese Zwischengegner. Das sind ja nicht wirklich Endgegner. Ah. Nein. Sehr schön. Habe ich doch schon mehrere? Äh, wo denn jetzt so? Ach, ich sehe gar nicht welche ich schon habe. Lol. Äh, die Frage ist, was muss ich jetzt machen? Ich gehe durch? Nein. 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 Aber ich kann wieder zurück, wie es aussieht. Okay. Achso, erstmal hier, ne? Erstmal hier schön. Leben aufsammeln. Leben aufsammeln. Habe jetzt gerade doch einiges verloren. So, und irgendwo war hier auch Mana. Ach, überall war Mana. Null. Hallo? Okay. Ah, dieser Rein-Teleportier-Fiecher. Ah, okay. Easy. Ich habe mich da einfach gar nicht bemerkt. Ach, sieh, hier wäre sogar kombiniertes Mana gewesen. Na, egal. Hier sind wir voll. So, wir haben jetzt... Ich weiß gar nicht, wie viele Schlüssel wir jetzt gerade haben. Ähm... Im Moment war eine Tafel, wo ich die Schlüssel reinmachen muss. Die Frage ist... Oh Gott, im Moment sind schon wieder Viecher? Seidens noch gut. Die Frage ist, wo war diese Tafel? Wer hat doch irgendwo so eine ganz kleine Tafel mit diesen 4 Symbolen dran? Da... 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 Woollt. Ah, gut. Hat mich hier einiges kalt gehittet? Da war's ja... So war wir hier auf eine Tafel? Ach ja, das waren wir direkt. Ah, einen brauchen wir noch. Okay, wo könnte dieser eine sein? Hier hinten haben wir noch nichts. Das heißt, da könnte noch was sein. Da waren wir bereits drinnen und da waren wir auch drinnen. Was heißt das für bloß noch das da hinten? Dann gehen wir auch direkt mal dahin. Ähm, das müsste ich denn hier gerade so durchlaufen. Ja, und schon spawnen die wieder alle. So, das Bells von The Inside. Lass mich rein! Lass mich rein! Ich sterbe! Okay. Das heißt, da kommen wir noch gar nicht rein oder müssen wir das Ding irgendwie öffnen? Wenn ja, so. Also auf manchen Tafeln steht irgendwas drauf. Hier zum Beispiel. Oder? Ne. I live again. Wollen wir mal hier draufklicken? Wäh! Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Tja. Ist hier was? Ne, von hier sind wir gestartet. Hier kann ich nicht rein. Dafür ist ja das Ding da. Hier waren wir bereits drinnen. Hier gibt es sogar auch nichts. Und hier waren wir auch bereits drinnen. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo noch einen Key oder einen Schalter finden, den wir nicht gefunden haben. Vor allen Dingen natürlich hier, in dem Raum. Weil das war mir offen gesagt. Ja, jetzt noch ein bisschen zu... Ne, hier fehlt irgendwie noch was. Ich meine, gut, wir haben jetzt hier einen Schlüssel gefunden. Das ist richtig. Gut, hält. Die Frage ist, ist hier noch irgendwas, was wir drücken müssen? Irgendwie ein geheimer Geheingang oder sowas? Das ist nur irgendwas, was das ganze Geheingang rechtfertigt. In der Begeheimge ist hier gar kein. Ja. Also hier ist jetzt wirklich nichts mehr zu geben. Aber gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal raus. Dann gehen wir mal das jetzt doch wieder da raus. Wow. Oh. 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 Und gehen nochmal nach da. Genau, hier waren wir am Anfang. Den Schalter haben wir betätigt. Das war das Ding, was die Tür geöffnet hat. Der Schalter ist ja, der uns hier runter lässt. So, da drin waren wir auch. Hier ist kein weiterer Schalter. Gehen wir mal hier nochmal rein. Ach so. Die Frage ist, ist hier ein Schalter, den wir übersehen haben? Nein. Was? Nein. Hier haben wir gedrückt, den haben wir gedrückt. Den haben wir auch gedrückt. Und welche weißen Türen, die noch aufgehen könnten, gibt es ja auch keine mehr. Das heißt, wir haben hier tatsächlich schon alles gemacht. Wie kommen die hoch jetzt? Oh, ich gehe trotzdem nochmal hier rein. Falsche Seite. Hier ist nichts. Ach so, da. Bein zu früh. Oh, hier ist nichts. Oh, hier ist nichts. Hm. Sehr respekt. Okay, also hier ist auch nichts mehr. Hier haben wir alles. Gehen wir mal zurück. So, hier war irgendwo ein Schalter, damit ich das Ding wieder aufmachen konnte. Die Frage ist, wo ist dieser Schalter? War das der hier? Ja, war er. So, dann kommen wir runter. Ja. Jochen, also den rum haben wir schon mal so weit durch. Hier haben wir auch keine weiteren Schalter mehr da. Hier ist auch nichts. Weißt du was? Ich mache hier trotzdem schon mal die Bedingungen rein. Hm. 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 So, hier war nichts. Ich schalte sich auf der Map auch nicht. Ach ja, das Ding hier. Gut, hier kann es durchaus sein, dass hier noch was ist und so. Dass wir hier noch was übersehen. Ach, schau, meiner. Guck. Siegill auf. Ist das ein Key? Ja, das war ein Schlüssel. Lol. Wo ging ich zurück? Wo war noch ein Teleporter? Teleporter. Teleporter. Ich muss jetzt hinter mir aufräumen und dann die Tür aufmachen. Ach so. Die Tür geht doch schon von alleine auf. Fuck. My life. Okay. Dann muss ich aufpassen, dass uns hinter uns diese Typen uns jetzt hier nicht erwischen. Oh. Es gibt vielleicht mehrere davon. Danke dafür. Stürb bitte. Danke. So, jetzt verrichte mich die hier. Sehr schön. Viel besser. Okay. Hier ist noch ein Teleporter. Wow. Da, diesmal ein geiler Effekt. Gut, die Aufnahme geht jetzt 25 Minuten. Ich würde mal sagen, wir machen gerne doch mal Feierabend. Aber dann gucken wir uns das nächste Folge an.